Er ist komfortabel. Er ist variabel. Er ist geräumig. Und er bringt seine Passagiere überall hin. Wirklich überall. Der neue Volkswagen Tiguan Allspace. Mit dem Tiguan Allspace ist es uns gelungen, zwei wichtige, wesentliche Attribute miteinander in einem Fahrzeug zu vereinen. Und das sind zum einen der klassische SUV-Charakter und zum anderen das Platzangebot eines Vans. In der Tat ist der Allspace ein Raumwunder. Gerade mal gut 21 Zentimeter ist er länger als sein kleiner Bruder der Tiguan. Doch damit wird er zum Raumriesen. Und das bedeutet vor allem reichlich Beinfreiheit im Innenraum. So schließt er die Lücke zwischen dem Tiguan und dem SUV der Oberklasse, dem Touareg. Varianten und Ausstattungen gibt es reichlich. Wem ein Fünfsitzer zu wenig ist, nimmt einfach das Siebensitzer-Modell. Mit dem Tiguan Allspace haben Sie Option auf eine dritte Sitzreihe. Und sollten Sie sich für unseren Fünfsitzer entscheiden, haben Sie bis zu 1920 Liter Kofferraumvolumen. Viel Platz für Abenteuer. Der Allspace. Er ist nicht nur praktisch, er macht auch Spaß. On wie Offroad. Dafür steckt reichlich Leistung unter der Motorhaube. Bereits die Grundmotorisierung 150 PS stark. Bis zu 240 PS liefert die top ausgestattete Dieselversion. Mit dem Allspace ist man Onroad, Offroad und Online. Mit Discover Pro, dem gistengesteuerten Infotainmentsystem. Bereit für alle Wege. Der neue Volkswagen Tiguan Allspace.